ja zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so kommen an den konkurren schuf vor ort remastered edition auf seite der russen und genau liebe leute wir waren beim letzten mal schon hier angekommen in der letzten nachholmission quasi und hatten uns unsere einheiten hier aufgebaut ganz genau und dann würde ich sagen ja machen wir das einfach mal weiter hier so wir brauchen tatsächlich schon wieder sie los wartet mal dann lasse ich die sammler mal bitte da oben stehen so geht direkt weiter hier muss der dritte naja gut was für einheit verloren die ganze zeit hallo ach nö mach mal spionage flieger bitte der schlachtkreuz hat er macht mir alle meine einheiten platz hier schaue ich das an naja gut leute tatsächlich die letzte was soll ich sagen die letzte nachholmission ja toll scheiße da macht ihr gedacht die platt und kaputt sehr gut ja da unten sind schlagräuter das ist das blöde tatsächlich da müsste ich eigentlich von hier von hier oben rein aber das dauert doch ewig jetzt mal ehrlich dann schießt bitte da unten auf die schiffe ja wartet mal so leute die mix die helfen auch mal ein bisschen ich weiß jetzt nicht ob das halt die effektivste methode hier ist aber naja wir müssen uns ja irgendwie durch kämpfen hallo schießt doch da drauf man so jetzt die mix die können auch mal schießen hallo da da die schlachtkreuzer platt machen los ganz sehr schön so schlachtkreuzer weg machen bitte weg machen hat er hier viele schiffe stehen so der sammler ist platt sehr gut die flieger können bitte dass das schiff hier unten platt machen und die hochschrauber bitte den da so weg machen hier los okay dann haben wir das ja wunderbar hier da kommen meine hochschrauber sehr schön und der bomber der kann man hier unten hinschießen genau so am weg hier so bäms und weiter hier so das heißt nein meine bomber und den hochschrauber platt machen da los ja freuen wir es geht direkt weiter hier mit der action ja die letzten die letzte alliierten basis die wir jahren tatsächlich das war schon das war schon bock muss ich sagen das macht echt bock gut aber wie gesagt wir müssen erst die radar zentralen platt machen deswegen werde ich das auch lieber noch mal speichern mission 13 so wie jetzt so freunde dann gucken wir mal das war das hier weiter gewuppt kriegen meine luftwaffe übernimmt das schiff da und weiter spionieren sehr gut und ja liebe leute dann freue ich mich dass man wieder hier eingeschaltet habt weil meine konkurri master wie wir jetzt hier weiter uns hier durch so und ja wir machen weiter er hat tatsächlich schon wieder so ein blöd schlachtkreuzer stehen ne so joo gut alles klar ticket 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 so macht die schlachtkreuzer dein arsch so hauptsache die hochschrauber kommt einfach nicht so unterstützt jetzt hier So, der hat zu viele Schiffe, der Gegner hier, ey. So, bäms. Wunderbar, da sind meine Hubschrauber. Und ja, Leute, ähm, wie gesagt, wir machen hier weiter, alles platt. Na komm, bam. Und die Energie platt machen, los. Bam, 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 bam. Schau euch das an. Dann können wir jetzt auch hier erkunden. Bäms, so, dann sehen wir, was der hier noch hat. Der Typ, oh nein, keine Artillerie. Okay, sehr gut. Haha, macht ihr noch ein bisschen damage. So, dann gucke ich mal, was wir hier noch an Luftwaffe haben. Ach du Scheiße. Okay, zwei Mix brauche ich. Und ja, liebe Freunde, ähm, na, ich nehme jetzt wieder an einem Wochenende auf, und zwar diesmal an einem Freitag. Hallo. Bäms. Biss war am Freitagabend. Und ja, zwei Tage nach der zweiten Corona-Impfung. Tatsächlich. Ähm, ja, ich hab's getan. Ich hab mich impfen lassen. Ähm, ich finde, ich fühl mich aber gut damit. Ähm, ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie Angst vor Impflegenwirkung hat oder so. Nee, Leute. Ah, bau doch nicht die ganze Zeit, du dumme Schlachtkreuzer. Lass mal ehrlich, ey. So. Mann, ey, der baut die ganze Zeit Schlachtkreuzer. So. Bäms. Und hier, das Plattmachen. Los, Plattmachen. Ah, sehr gut. Alles klar. Genau, dann hier einfach, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen unkoordiniert, aber das ist halt so mein Naturell bei Quarne Conquer, weil's halt so schön schnell geht, ne? So, wer, wo, von wo kommt der da? Der kommt da von rechts, ne? Sollte er eigentlich? Ja, von rechts oben. Seht ihr? Der Trick, der funktioniert tatsächlich. Ha, schaut mal. Bam. Sehr gut. Bäms hier, so. Auf die Energie, so. Und, ja. Liebe Freunde, wie gesagt, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Und, ja. Letzte Nachholmission. So, bäms. Ah. Wunderbar hier. So, dann machen wir den Rest mit der Luftwaffe. nein ach, verdammt sehr gut, dann stell so geil bam, sehr gut du kannst doch da oben hinschießen, oder? ja, sehr gut Ah, gut Guck mal, ich mach den Rest echt mit meiner Luftwaffe jetzt weil ich hab echt keine Lust da da immer hinzugehen Jetzt mit den ganzen Einheiten. Das dauert doch ewig, bis die Einheiten mal da angekommen sind. So. Wunderbar. So, und jetzt hier. Genau. Jawoll. Sehr gut. Ha. Ja, dann. Panzer. So, wunderbar. Da sind nämlich noch hier unten ist noch was. Okay. Okay, Leute. Und, ja, wie gesagt, ich habe mich impfen lassen. Die Nebenwirkungen, die waren schon krass. Also am Anfang. Aber, ja, ich meine, nach ein, zwei Tagen geht das meistens wieder. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe das gut verkraftet, ja. Sonst würde ich ja jetzt auch nicht aufnehmen, ne? So, Bams. So, dann macht diesen Schattengenerator da weg. Bams. Sehr gut, Leute. Die Soldaten, die machen hier echt was wett. Muss man ja sagen. Weißt du was? Dann helft hier mal da. So, mach den Bauhof kaputt. Ja, oder hier den. Kommt. Och, nö, ey. So. Bäm. So. Ach, Quatsch, was mache ich denn? Und. Ja, äh. Commander Conquer Remaster neigt sich tatsächlich dem Ende entgegen. Was ich sehr krass finde. Weil dieses Spiel hat uns ja doch mittlerweile, ja, länger als ein Jahr hat uns das begleitet. Und ich habe das echt lieb gewonnen, das Spiel, ey. Echt mein Lieblingskommando Conquer. Ohne Scheiße, ey. So. Aber jetzt erstmal hier. Kommt. Luftwaffe. So. Zack. Wunderbar. Und die Hufschrauber. Los. Oh, der hält so viel aus. Der hält so viel aus. Okay. Dann kommen die Mix jetzt nochmal und, äh. Das ist natürlich jetzt Kacke, ne, wenn der Bauhof so viel aushält. Wow. Okay, aber fast kaputt. Kommt. Die Hufschrauber den nochmal weiter ansprechen hier. Der hat doch so viel Kohle zum Reparieren, ne. Ja, bäms. Ah. Der hat so viel Kohle zum Reparieren, das gibt's doch nicht. Aber, jo. Die Mix, die machen das. Bäms. Sehr gut. So, dann. Mach die platt. Mach die kaputt. Los. So, ich habe wieder einen Fallschirm-Bomber. Den setze ich mittlerweile echt gerne ein. Muss ich sagen. Einmal ein bisschen nach unten links. Von wo kommt er denn jetzt? Ja, genau. Von oben rechts. Den hat immer den längsten Weg. Vielen Dank, lieber Elitz. Wirklich gut. Bam. Hahaha. Wunderbar, ey. So, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Alter. Ah, genau. Ja. Luftwaffe kann sich um die Schiffe da kümmern. Ein Satz gespannt. Gut. Dann, stellt euch mal bitte da hin, weil dann könnt ihr... Ah, wartet mal. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bäms. Sehr gut. Bestätigt. In Ordnung. So, dann könnt ihr nämlich auch da... Was? Ah, sehr schön. Meine Hubschrauber sind da. Ja. Wunderbar. Hier, macht den... Macht den Turm platt. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Ja, das ist echt jetzt der letzte Widerstand der Alliierten, ne? Echt der letzte Widerstand jetzt hier. Bestätigt. Ach, ne, die sind doch leer. Die sind leer. Fliegt wieder nach Hause. Und... Ja. Ähm, danach kommt jetzt noch die Ameisenkampagne, ne? Ich weiß ja nicht... Es sind vier Folgen, habt ihr geschrieben, ne? Es sind vier Folgen. Ziemlich vier Missionen. Von der Ameisenkampagne. Oh, bam. Weg damit. Es ist noch ein Manneken. So. Bäm, Leute. Ja, haben wir den Gegner auch schon, ne? Ziemlich platt gemacht, muss ich sagen, hier. Dämms. So, alles außer die Chronosphäre. Wir müssen alles außer die Chronosphäre platt machen. So, da oben ist nämlich noch ein Radar. Seht ihr das? Diesen Radar hat uns der Kuhkopf verschwiegen. Äh. Verdammt nochmal. So, jetzt hier auf die Energie los. Diesen Radar hat uns der Kuhkopf verschwiegen. Ja, es ist nämlich... Ach, du Kacke. So, mach den Radar platt. Och, nö. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, gut, okay. Haben wir denn hier noch was? Warum, äh... Ja, tatsächlich. Okay, da ist tatsächlich noch was. Noch ein Radar. Ah. Seht ihr das? Da ist nämlich noch ein Radar. Und... Ja. Gut. Dann macht ihr mal bitte das Radar da platt, ja? Ja, ihr seht's. Die Gegner, die haben hier ziemlich viel noch. Ja, dann können die... Können die Mix nochmal hier unten. Was? Warum funktioniert die? Alter Schwede. Wem hier. So, warum hat die noch funktioniert? Krass, Alter. Okay, stopp. Alter, seht ihr das? Da ist die Chronosphäre. Die müssen wir nämlich leben lassen, um Gottes Willen. Ja, Sir, bestätigt. So, die müssen wir... Die müssen wir stehen lassen, die Chronosphäre. Bam. Sehr gut. Und wir müssen nämlich alles andere zuerst platt machen. So, was haben wir denn hier noch, bevor wir da in die Nähe gehen? Ähm... Aha, da ist noch ein Turm. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas auf dem Wasser? Diese beiden Manneken da oben noch? Okay. Ja, Sir. Die haben ihre Bomben abgeschmissen. Okay. Bam. So, bleiben die Manneken. Ach, da ist noch zwei Panzer. Okay. Ja, dann. Mach die mal glatt. Geil. Das ist eine Manneken. Ah, bäm. So, wir haben jetzt noch einen Fallschirmbomber, aber den brauche ich jetzt irgendwie nicht mehr. Wartet mal, ich kann da versuchen. Dieses Wettige da platt zu machen, aber... Nein, das klappt nicht. Schade. Das trifft nicht. Na gut, dann mach hier noch so... Speichern. So, hier. Ich meine, ich darf mich nicht beschweren, wenn das Spiel so schnell rum ist, wenn ich mich hier... Wenn ich hier, ähm, so durchwasche, ne? Das ist halt total bescheuert. Ja, ich weiß. So, das machen aber bitte erstmal die Mixware. Ich möchte da nicht in die Nähe, ne? Die Mannekenfabrik können die Hubschrauber platt machen. Bam. Sehr gut. Und, äh, äh, ja. Ja, liebe Freunde. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, ist, äh... Dass mir letzte Woche beinahe mein Rechner flöten gegangen wäre hier. Ähm, tatsächlich. Äh, ist tatsächlich so. Äh, mein Rechner ging einfach auf einmal nicht mehr an. Ja, das ist total krass. Ich hatte echt Schiss, dass ich, äh, mein Rechner nicht mehr repariert kriege, weil ich hab jetzt nicht mal eben so die Kohle, um mir für 2000 Euro neuen Rechner zu holen, ey. Bitte mich wieder voll. Da. Spionageflugzeug bereit. Spionage nochmal. Ich glaub, hier ist nichts mehr. Ja, am Ende war's dann aber glücklicherweise das Netzteil. Das hab ich nämlich dann am selben Tag noch bestellt. Und, äh, ja, dann ging das klar. Das war zum Glück nur das Netzteil. So, was... So, wir haben hier jetzt noch... ...bestimmt noch ein paar Schiffe oder so. Irgendwas steht hier nämlich noch von ihm. Weil das, das dürfen wir nicht platt machen. Das ist ganz wichtig. Irgendwas steht hier noch. Bratz, 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 Bratz. Ich liebe diese Sounds hier, ey. Hier unten noch. Äh, ja, ich bin nicht echt überfragt. Wartet mal. Ja, Sir. Bist du hier noch irgendwas? Nee, da steht gar nichts mehr. Hier oben noch ein Transporter oder so. Spionageflugzeug bereit. Spionageflieger. Hier irgendwas? Ansonsten hier noch? Da steht tatsächlich noch ein Schiff. Ja, der macht das kaputt. So. Dann ist er jetzt gestichtet, der Alliierte. Ja, ha, ha. Genau. Ganz. Genau. Okay. Ihr Rossen. Alles klar. Das ging ja dann relativ entspannt, muss ich sagen. Das ging relativ entspannt, der Part, der war actiongeladen, bis jetzt. Und, ja, liebe Leute, ich werde es aber so machen, da wir tatsächlich keine Mission mehr haben, das wäre nämlich die letzte, alles rot. Da wir jetzt nämlich tatsächlich alles durchgespielt haben und ich gerne ein Freund von glatten Schnitten bin, schaue ich das an. Wir haben alles durch. Gegenschlag. Alles durch. Gegenschlag. Alles durch. Aber hier noch Spielerkarten. Ameisenkampagne wartet jetzt auf uns, Leute. Okay. Da ich ein Freund von glatten Schnitten bin, würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal die Folge fertig. Ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder mit der Ameisenkampagne, weil das lohnt jetzt nicht mehr für sieben Minuten. Ganz genau, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und dass die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, da zieht es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht mit der Ameisenkampagne, liebe Leute, freue ich mich schon sehr drauf. Sehen wir doch beim nächsten Mal. Und ja, dann, liebe Leute, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Also tschü tschü. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020